Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei GOP begegnen Sie seit einiger Zeit vermehrt einem neuen Begriff. Er heisst Naturaplan und Produkte, die mit diesem Symbol bedruckt sind, werden nach deutlich strengeren Richtlinien produziert, als vom Gesetz vorgeschrieben ist. Darum wird zum Beispiel nur Schweizer Fleisch, wo den höchsten Anspruch an Qualität und an Tierhaltung gerecht wird, als Natura-Beef in unseren Läden verkauft. Natura-Beef ist Schweizer Qualitätsfleisch aus artgerechter, kontrollierter Tierhaltung. Die Kälber wachsen natürlich auf. Sie bleiben bis zum Alter von 8 bis 10 Monaten bei ihren Müttern oder bei Ammenkühen und gehen mit denen vom Frühling bis zum Herbst auch auf die Weide. Natürlich ist auch die Ernährung. Muttermilch, später Gras und Heu. Antibiotika und wachstumsfördernde Zusätze hingegen sind verboten. Diese Tierhaltung ist auch bei uns außergewöhnlich. Sie steht im Einklang mit der Natur. Die Aufzucht wird streng überwacht und dafür, dass alles korrekt zu und her geht, garantiert die Schweizerische Vereinigung der Ammen- und Mutterkuhhalter. Mit regelmässigen Kontrollbesuchen sorgen wir dafür, dass unsere Vorschriften genau eingehalten werden und dass die Qualität immer gleich hoch bleibt. Zudem stellen wir für jedes Kalb ein Zertifikat aus, das bestätigt, wie es aufgezogen worden ist. Natürliche Aufzucht, streng kontrolliert, bestimmt schön für Kühe. Aber auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bringt das Natura-Beef nur Vorteile. Dazu das Urteil vom Fachmann. Die natürliche Aufzucht und Ernährung wirken sich natürlich auch auf Fleisch aus. Das Natura-Beef ist aromatisch, zart und saftig. Eigenschaften, die sich auszahlen und der Verwendung in der Küche keine Grenzen setzt. Ja, das stimmt. Das Natura-Beef finde ich eindeutig besser. Das hat mehr Geschmack und schrumpft weniger. Mein Mann hat es auch lieber. Wir kaufen nur noch das Natura-Beef. Ich bevorzuge es vor allem wegen Tierschutz. Und die paar Rappen mehr, die nehme ich gerne in Kauf. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist das Natura-Beef jetzt neu bei Cooper-Hältlich. Allerdings noch nicht in der ganzen Schweiz, sondern erst in einzelnen Regionen. Das nur aus einem Grund. Die entsprechenden Mengen fehlen. Natura-Beef bedeutet für Bauern eine Umstellung. Es braucht Investitionen und das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Natura-Beef erfüllt wie kein anderes Fleisch in der Schweiz die höchsten Ansprüche an Qualität aus artgerechter Tierhaltung. Zurzeit ist es erhältlich in den Coop-Metzgereien der Regionen Bern, Biel, Basel, Genf und in der Zentralschweiz. An diesem Symbol erkennen Sie es im Laden und spätestens beim Essen merken Sie dann auch zu Hause den Unterschied. Ein anderes Produkt, das sich deutlich von gewohnten unterscheidet, ist ein Joghurt, das in Bulgarien seit Jahrhunderten und in der Schweiz exklusiv bei Coop hergestellt wird. Es ist traditioneller Bulgarian-Joghurt, bis jetzt als besonders feines Naturvollmilchjoghurt bekannt und beliebt. Für noch mehr Genuss und gesunde Abwechslung kommen Sie das Bulgarian-Joghurt jetzt bei den Coop-Molkereiprodukten auch in fünf fruchtige Varietäten rüber. Eine weitere Neuheit finden Sie bei uns in der Tiefkühlabteilung. Cocktail-Pick, die assortierten Aperorollen mit Spinat, Pizza, Schinken, Käse oder Bodoas-Füllung direkt aus dem heissen Ofen, machen aus einem gewöhnlichen Apero eine pfleckte Cocktail-Party. Cocktail-Pick, gerade das Richtige für eine gute Stimmung. Aber vergessen Sie nicht, am anderen Tag die Tiefkühle wieder aufzufüllen, weil die nächste Party, die kommt bestimmt. Ein Kilo Bananen kostet bei Coop nur 1,80 Euro. Und 6 Liter Mondial-Orangensaft gibt es für nur 4,80 Euro. 2 x 5 Kilo Biancomat kommen Sie über für nur 19,80 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen diese Herren-Polo-Hemper in verschiedenen Dessins für ganze 15 Franken. Und weiterhin gut essen für weniger als 10 Franken können Sie im Coop-Restaurant. Das Rinshoft-Steak, Café de Paris mit Pommes Soufflés und Bohnen mit Speck kostet nämlich nur 9,90 Euro. Mehrlihafte Preise für mehrlihafte Reise zum Schluss vom heutigen Coop-Studio. Ferien wie aus 1000 und einer Nacht werden Wirklichkeit mit Coop extra reisen. Non-Stop-Flug mit Swissair, 9 Tage im Erstklasse- oder Luxushotel mit jedem Komfort. Sagenhafte Einkaufsmöglichkeiten, ein vielseitiges Sport- und Freizeitangebot und die Möglichkeit, faszinierende Wüstenlandschaften kennenzulernen. Das erwarten Sie in den Arabischen Emiraten. Und das alles schon ab unglaublichen 1690 Franken bei Coop extra reisen. Für weitere Informationen und Reservationen steht Ihnen jetzt ein Gratis-Telefon zur Verfügung. Die Nummer 155 11 14 155 11 14 ist wie gewohnt noch bis um 9 Uhr gesetzt. Und mir bleibt jetzt noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.